Ekahasta Bittilasana ist die Kuh mit einer Hand. Bittila ist die Kuh, Bittilasana die Kuh, eine andere Bezeichnung für Vierfüßlerstand. Und im Vierfüßland, Bittilasana, streckst du dann einen Arm nach vorne aus. Wenn du diese Stellung eine Weile hältst, dann wirst du merken, dass die durchaus eine Stärkung der Schultermuskeln zur Folge hat. Du kannst dir dabei auch vorstellen, dass du den Brustkorb nach unten etwas senkst und so die Schulterblätter zusammenbringst.